Verdammt, ist das wirklich nötig? Rede. Okay. Vor etwa sechs Wochen hat sich ein Kunde gemeldet. Er wollte Handfeuerwaffen, Katushas, verdammte Raketenwerfer, alles halt. Er war bereit, eine Menge zu zahlen. Ordentlich. Es war ein gutes Geschäft. Zu gut. Du warst der Waffenlieferant für Blacklist Zero? Ich belieferte eine ganze Menge Leute, okay? Und für gewöhnlich sprengen die auch keine US-Basen. Wer war's? Alles, was ich weiß, ist, dass sie über den Angriff auf die Wiener Botschaft gesprochen haben. Als wären sie stolz drauf. Hunderte Unschuldige starben bei dieser Attacke. Scheiße, genau das meine ich ja. Dieser Kerl ist ein Monster, ein verkackter Irre, okay? Und dem ist alles scheißegal. Autsch. Stressige Woche. Habe ich recht. Der Alte hier. Ja. Was? Verdammt, wer ist der Clown? Du hast dich gestellt, um dich zu schützen. Damit ihr Idioten mich nicht wegen Guam umlegt. Briggs, sei so nett und verstau unsere neue Ladung. Mit Vergnügen. Was meinst du damit? Brim, versuch mit Charlie so viel wie möglich über Kobins geheimnisvollen Kunden rauszubekommen. Wir werden auf die Jagd gehen. Wie ist der Status? Gab es großen Stress nach der Bengasi-Nummer? Wir müssen Kobin heil zurückbringen, wenn wir fertig sind. Ist er nützlich? Er ist ein Drogenfreak, total angepisst und eine Nervensäge. Aber ich glaube, er hat gute Informationen. Halt mich auf dem Laufenden. Bevor ich's vergesse, sag, wenn du Flugzeugverbesserungen willst. Hier kann noch einiges optimiert werden. Bevor ich's vergesse, sag, wenn du Flugzeugverbesserungen willst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab geschlafen, Mann! Schon mal von den Genfer Konventionen gehört? Ich hab Rechte! Ich sag dir was, wenn du ein Mannstelefon findest, darfst du einen Anwalt rufen. Was Neues bei den Aufklärungsdaten? Ich versuch noch den Datenstrom abzugreifen. Ich brauch ne Minute. Entschuldigung, das Büro der Präsidentin meldet, dass drei DevGrew-Teams einsatzbereit sind. Danke, Olli. Man soll auf unser Zeichen warten. West to West keep hair! Von dort ist das Geld auf mein Konto gekommen. Ist überwiesen worden. Irgendwelche Infos zur möglichen vierten Position? Die Analyse wurde gerade beendet. Das Geld kam vermutlich aus Mirawa im Ost-Irak. Grim, ich bekomme keine Bilder. Okay, Sekunde. Wir zweigen Satellitenbandbreite der NRO ab. Das größte der vier Lager, die wir gefunden haben, ist stark befestigt. Herhören! Wir können nur hoffen, dass Kobins Kölfe Mirawa ist. Ich wollte schon vor ner Stunde im Einsatz sein. Charlie, überprüfe die Satelliten und markiere alle Waffen, Fahrzeuge und Männer im Lager. Ich will selbst über Absenpistolen informiert werden. Alles klar. Brakes, Überwachungsdrohne vorbereiten. Okay. Grim, sprich mit DevGrew. Die greifen die anderen Lager an. Wir übernehmen Mirawa. Keine Zeit für Vorbereitungen, Sam. Sobald wir über dem Lager sind, will ich im Einsatz sein. Du gehst da alleine rein? Ist nichts persönlich. Es lief mir zu holprig in Benghazi. Ich will, dass du den Hubschrauber steuerst. Nicht, dass ich gefragt worden wäre, aber das da unten sind üble Penner, stimmt's? Wenn ihr die erledigen wollt, wieso werden sie dann nicht einfach weggebombt? Hast recht. Dich hat niemand gefragt. Uns geht's nicht um Leichen, sondern um Informationen. Schafft ihn weg! Auf geht's! Ich wollte nur... Okay. Da wimmelt es nur so von Feinden. Rauch- und Haftkameras helfen dir bei der Orientierung, während du den Gegner verwirrst. Fallschirm geöffnet. Riggs, kannst du den Gegner unbemerkt ausschalten? Mache dir den Weg frei. Sam, du wurdest entdeckt. Das Lager wird gesperrt. Mission gescheitert. Fallschirm geöffnet. Riggs, kannst du den Gegner unbemerkt ausschalten? Mache dir den Weg frei. Treffer. Er ist tot. Sam, du wurdest entdeckt. Das Lager wird gesperrt. Mission gescheitert. Falschirm geöffnet. Riggs, kannst du den Gegner ohne Nackt ausschalten? Mache dir den Weg frei. Treffer. Er ist tot. Sie ist vernichtet. Sam, du wurdest entdeckt. Das Lager wird gesperrt. Mission gescheitert. Sam, du wurdest entde... Falschirm geöffnet. Riggs, kannst du den Gegner ohne Nackt ausschalten? Mache dir den Weg frei. Treffer. Er ist tot. Er ist tot. Ziel vernichtet. Treffer. Feind erledigt. Hab ihn. Du kannst weiter vorrücken, Sam. Verstanden, Riggs. Gut gemacht. Rimm, ich bin jetzt unten. Rücke vor. Sam, auf den Wärmebildern der Drohne sind Gegner zu sehen, wie sich flussaufwärts in einem Haus treffen. Charlie, brauche Aufklärungsmöglichkeiten. Wir müssen Kobins Käufer finden, bevor man mich entdeckt. Hab einen Trikopf, der mit einer einfachen Gesichtserkennung ausgerüstet. Ist der besser als der bei Binhir? Um Länge. Ab einer Entfernung von weniger als 50 Metern müsste es funktionieren. Um Länge. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sam, das ist eine gute Position für einen Trikopter-Start. Es geht los. Okay, Sam, bring den Trikopter etwas näher ran, damit wir die Stimme sauber hören können. Okay. 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 Gut genug, du. Oh, Scheiße. Betty! Äh, Sam, angeblich soll die Gesichtserkennung viel zuverlässiger sein. Diese Knarre taucht nichts. Ich sag dir was. Wir besorgen dir ein schickes Messer. Damit kannst du dann kämpfen. Veräpple mich nicht. Diese Knarre ist alt und schlecht gepflegt. Ich brauch was, worauf ich mich verlassen kann. Der Schütze ist wichtiger als die Waffe. Aber der Schütze mit der guten Waffe hat eine bessere Chance, den Kampf zu gewinnen. Du kämpfst, wenn du eine will. Blindgranate! Die Waffe hat einen Schiff. Was ist denn da? Schöne Grüße von Cobin. Hey, warte einen Moment. Stopp, stopp, stopp. Du Arschloch. Ich gehöre zum MI6. Drei Jahre, drei Jahre Undercover-Arbeit und du fährst aus den ganzen Scheiß. Wie lautet deine Aktivierungskennung? 757 Bravo, Victor 9, Oscar 9 8. Scheiße, ich glaub, du hast ihn gebrochen. Grim, hast du mitgeschrieben? Ist angekommen. Okay, wer hat dich geschickt? Die CIA? Die Kennung ist veraltet, ich brauch einen Retina-Scan. Ich will mit dem Boss reden. Komm, gehen wir. Du redest bereits mit ihm. Verdammt, was machst du? Sein Name ist Yadid Haidus. Er war beim MI6, aber jetzt nicht mehr. Er ist vor fünf Jahren als Doppelagent enttarnt worden. Keine weiteren Spielchen, Yadid. Blacklist. Rede. Oh, ihr gottverdammten Amis. Immer spielt ihr Cowboy. Schinde keine Zeit. Ihr seid zu spät. Sam, gerade werden große Datenmengen aus dem Gebäudeteil über dir verschickt. Was plant ihr? Wir planen nicht mehr. Es wird längst ausgeführt. Wenn du hier bist, bin ich schon tot. Scheiße. Was zum Teufel ist passiert? Er hat sich umgelegt. Ach du Scheiße. Die Daten kommen aus einer Kommunikationszentrale oben im Dorf. Such nach einer großen Satellitenanlage. Die Strasse, den Berg hoch, wird schwer bewacht. Wie lautet der Plan, Sam? Ich klettere ab jetzt. Mach den Hubschrauber klar für die Exfiltration. Schon dabei. Sam, ich hab den Einsatzoffizier von Lager Delta. Paladin, hier spricht Gridiron. Bitte komm. Gridiron, hier Paladin. Ich brauche ein Lagebericht. Komm. Habe unzählige Kontakte zu Fuß und in Fahrzeugen. Stehe während wir sprechen unter Beschuss. Warten Sie. Es gibt Befestigungen und koordinierte Gegenangriffe. Wir stecken gemächtig in der Scheiße. Komm. Glauben Sie, die wussten von dem bevorstehenden Angriff? Komm. Definitiv. Keine Sorge. Die machen wir fertig. Gridiron Ende. Jahrhlt. Glidechen. Auf, wir gehen. Wir gehen. Das war's für heute. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Sam, ich erkenne Bewegungen über dir. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Sam, ich erkenne Bewegungen über dir. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Sam, ich erkenne Bewegungen über dir. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Sam, ich erkenne Bewegungen über dir. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Wo zum Teufel steckst du? Wo zum Teufel steckst du? Da ist er! Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Sam, ich erkenne Bewegungen über dir. Oh! 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 Das muss... Nein, der! Was ist das? Das ist gut, Joss. Das ist gut, Joss. Das ist gut, Joss. Das ist gut. Das ist gut, Joss. Anscheinend haben die Ingenieurs Fluchttunnel gegraben, um sie vor Aufklärungsflügen zu schützen. Bestätigt, ich sehe überall Spuren von Grabungsarbeiten. Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. Okay, klar. Super! Sekunde. Sekunde. Ich bin in der Suche. 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 Wo zum Teufel steckst du? Ich bin in der Suche. 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 Da ist nichts. Trennen wir uns. So sichern wir einen größeren Bereich. Ich bin in der Suche. Was ist dort? Stopp. Ich bin in der Suche. Ich bin in der Suche. Jetzt steht der und Finanzkarte. Ich bin in der Suche. Ich bin in der Suche. Abkommen zuerst. Wettbewerben! Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft.